Die Silvesternacht ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Man feiert in den Jahreswechsel und sobald der Zeiger auf 0 Uhr steht, startet das große Feuerwerk. Für die meisten gehört das Raketenschießen einfach dazu, die Gefahrenquellen beim Feuerwerk werden aber immer wieder unterschätzt. Wer überhaupt was für Feuerwerksartikel verwenden darf, das ist gesetzlich klar geregelt. Da gibt es zum Beispiel die Klasse F1. Fangen wir mit der an. Dort ist ab zwölf Jahren erhältlich. Da fallen die Knallerbsen rein, da fallen Bienen rein, da fallen die Knalleffektbömmel rein, wo man Wadden wirft. Bei der Klasse F2 ist es natürlich schon so, die haben noch weit mehr Netto-Sprengstoff mit drin. Die sind dann ab 16 Jahren erhältlich. Dort sind natürlich schon die Lichterpatrie mit drin, dort sind die Raketen mit drin, dort sind die Vulkane, die Vesuvie mit drin. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind die Babyraketen, weil die sind natürlich bei den Kindern meistens beliebt. Die sind früher in der Kategorie F1 gewesen, also sprich ab zwölf Jahren erhältlich. Und jetzt hat man es natürlich dadurch, dass so viele Unfälle und alles passiert sind, auf die Kategorie F2 aufgestuft, also sprich ab 16 Jahren. Wenn es dann nachts ans Werk geht, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Eines ist klar, ein Feuerwerk gehört ins Freie und eine gute Vorbereitung schafft sichere Verhältnisse. Wichtig ist dort natürlich, dass der Untergrund, die Beschaffenheit, dass das halt alles waagerecht dort steht, dass man halt das Zeug fixiert, dass man natürlich auch dementsprechende Abschussrampen nimmt oder man schlagt eine Röhrelihne oder man nimmt eine Kiste, aber nicht einfach eine Kiste mit Bier, mit einer kleinen Fläschchen drin oder mit einer großen Bier. Am besten ist natürlich ein Interviewflasher oder eine Mastflasher, so eine Kiste, fixiert die, oder? Und dann kann man die Rakete dort mit dem Leitstab inne stecken, oder? Wenn man die leicht schräg antippt, dass sie unten am Boden nahe steht, dann hat man ungefähr die 5 bis 7 Grad Neigungswinkel vom Abschuss her erneuert. Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch, wo und bei wem man sein Feuerwerk kauft. Ja, also ich plädiere natürlich an die Vernunft der Erwachsenen, dass sie sich bei den dementsprechenden Fachhändlern das Zeug kaufen und sich dort informieren, was kann ich machen und wie soll ich es machen. Ja, also das ist gewährleistet, dass das, was man dort bezügt hat beim Fachhändler, dass das auch eine Top-Qualität ist. Falls doch etwas passieren sollte beim Silvesterfeuerwerk, heißt es Ruhe bewahren und überlegt handeln. Löschversuche bei Feuer sollte man nur selbst übernehmen, wenn man sich selbst nicht in Gefahr bringt. Ansonsten Feuerwehr oder Rettung unter 122 oder 144 alarmieren. Allgemein gilt auf jeden Fall Kopf einschalten in der Silvesternacht. Unfälle passieren immer wieder, aber hauptsächlich eben durch die Unachtsamkeit, durch fehlendes Gefahrenbewusstsein, durch leichtsinnige Handhabung, eben durch Netzsichern, um einen Anspringen, Alkoholeinfluss und eben diese Sorglosigkeit.